Jetzt müssen wir das ganz seriös machen. Wichtig ist, dass wir hier sagen, was Sache ist, dass wir mit dem Symphonieorchester... Symphonie, das heisst Symphonieorchester. Eben, mit dem Symphonieorchester. Nein, es ist Symphonie. Symphonie... Er denkt schon richtig, es kommt einfach falsch raus. Symphonie. Also, wir gehen mit dem Symphonieorchester auf die Tournee und spielen die sünfte Symphonie von Ludwig van Beethoven. Die fünfte Symphonie. Die auch noch? Nein. Auf jeden Fall... Wie... Das darfst du eigentlich nicht singen. Da haben wir rechtliche Probleme. Warum? Der ist doch schon lange gestorben. Aha. Oh.